Hallo, hier ist Angelika. Ich nähe mir heute ein Geldtäschchen. Ich verwende dazu einen Stoffrest, eine Stickerei und einen Reißverschluss. Und jetzt geht's los! Vielen Dank! 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 So habe ich die Nähte genäht. Vielen Dank! Vielen Dank! Die Wendeöffnung mit der Maschine zusteppen oder von Hand zunähen. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank fürs Zuschauen! Viel Spaß beim Nachmachen! Bis zum nächsten Video! Eure Angelika Tschüss! Tschüss! Tschüss!